Moins meine Damen und Herren, bevor das aktuelle Video losgeht, hier noch eine kleine Werbung in eigener Sache, denn die Volksbanken Raiffeisenbanken haben das Projekt Level Up ins Leben gerufen. Und dieses Projekt kann eure E-Sports-Projekte unterstützen. Ich habe ja selber studiert und hatte sehr viele Projektarbeit und hätte mir sehr gerne finanzielle Unterstützung gewünscht. Und das Ganze ist jetzt sogar in vierfacher Form gegeben, mit bis zu 7.000 Euro werden hier nämlich E-Sports-Projekte unterstützt. Das bedeutet, wenn ihr super kreativ seid und ein Turnier veranstalten wollt oder Cosplay machen wollt oder alles, was irgendwie im Rahmen von E-Sports zu tun hat, dann guckt ganz einfach runter in die Beschreibung und bewerbt euch. Ich persönlich hätte mir damals etwas sehr, sehr gerne gewünscht in diese Richtung, musste alles selber zahlen. Wenn ihr also coole Ideen habt, dann schaut da ganz einfach mal rein. Die Grundidee davon ist absolut godlike und ich stehe da voll dahinter. Und bis zu vier Außerwerte werden sogar dokumentiert und das Ganze mit einer Live-Sendung von mir präsentiert. Ist mega geil, hätte ich mir wie gesagt sehr gerne für mich selbst gewünscht. Gut, das soll's gewesen sein. Viel Spaß bei der Zerstörung von Agorin. Banz, bleiben wir bei Kha'Zix? Ja. Kha'Zix, äh, Shyvana hatten wir noch. Genau, und Yumi. Und Yumi, genau. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie gut kommen wir gegen Evelyn klar. Die Frage ist, ob es Evelyn oder Jarvan wird, weil der hat in den Practice-Matches zweimal Jarvan gespielt, wenn der Open war. Also ich muss sagen, ich hab halt null Bock auf Agorin mit einer Yumi oben drauf. Das ist halt wirklich, also das hat mir schon einige Community-Turniere zerstört. Und wir gehen für den Yumi-Bahn und auf Jarvan finden wir dann mit Ezreal und sowas gute Antworten. Hm, hm. Okay, das war wie expected. Nächstens keine Evelyn. Also für Evelyn hätte ich mehr Angst gehabt. Okay, das heißt, ich würde jetzt schon sagen, dass wir Jungler und ADC picken. Und jetzt muss unser Jungler quasi sagen, ob wir diesen Trundle gehen, genau. Und ich würde schon sagen, dass wir Trundle machen, oder? Agorin hat dann halt weniger Agency, weil er früher wird. Ja. Ich glaube, das ist sinnvoll, oder? Ja. Ich meine, das ist genau das, was wir besprochen haben. Ja. Ich würde es sogar so sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wenn wir Lucian Nami nehmen, dann nehmen wir Blitzcrank. Wenn die jetzt nicht den Supporter zeigen und Blitzcrank nehmen, bannen wir Morgana. Aber das brauchen wir uns wahrscheinlich nicht. Okay, nee, da wirst du einfach eiskalt Blitzcrank nehmen. Safe Blitz, ne? Ja, also, Leute, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Draft. Wir haben zwei schöne Frontliner. Wir haben zwei absolut peelbare ADCs. Die haben Short Range des Todes. Die haben eine superklare Kombo. Und ich werde Nami und Annie die ganze Zeit holen. Das ist, glaube ich, unser bester Draft, den wir bisher haben. Das kann gut sein. So, die Frage ist halt, wollen wir es probieren hier? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber, also, wir müssen damit rechnen, dass sie irgendwo staken. Okay. 15 Gold. Und XP. Ich habe Argo ring gefasst. Nice. Schreibt erstmal Better Jungler Wins rein. Bitte, 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 bitte. Nein, bitte nicht. Das kommt ganz zum Schluss, Leute, ganz zum Schluss. Ja, die kommen echt für Dive-Tap. Kannst du von der Wave noch so viel bitten? Ich könnte O-Tipieren, aber ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich glaube, das ist... Dann pushen wir mal mit da rein, wir machen den Tower. Aber richtig klar. Wir können ja sogar gucken, ob ich die irgendwie killern kann und ihr dann... Und ihr dann linken können, oder so. Der Name hat es. Ich habe noch Neal. Ich kann nicht helfen. So, an Shen will denken. Ah, der hat 63 Farm. Holy shit. Ah, der ist ein Gewinn, ja. Aber der hat auch nie den Spiel genommen. Der wird jetzt wahrscheinlich weiter hochrotieren, ne? Der hat jetzt wahrscheinlich die Chings gemacht und ist jetzt hier bestimmt. Ja, genau. Da geht er auch komplett durch. Ja. Ist das schlimm, wenn die weiter durchbrüchen mit Shen? Ist das wahrscheinlich stressigal, oder? Ja, wir können ja, aber okay, ne. Schade. Mal langsam Richtung drauf. Andy könnte halt auch kommen, hat kein Tibbers. Ich habe gleich Flash-Queerung, aber ich brauche noch weh. Maybe kommt dann eine NE bald. Oh shit, den hätte ich dir lassen sollen, sorry. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich bin auch nur ein Fremdler, ich weiß nicht. Oh, war ich runter? Soll ich hin, soll ich hin? Jetzt. Absolut nicht. Ne, leider nicht. Bin da. Ja. Ganz hoch. Hier ist ein kleiner Weg, oder? Nein. Tschüss. Könnt ihr alle holen, ne? Oh, sick. Oh, nice. Sehr schön. Oh, okay. Ja. 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 Nice. Bin ich da? Ich kann überhaupt, ich kann von der Seite nichts machen. Ihr könnt einfach weglaufen. Also mit Ezreal können wir gleich wieder falten. Ich habe noch keinen Musik gehabt, ne, aber ich glaube schon. Stehen jetzt, das ist ein Zauber. Ja, schön. Wir können weitergehen, wir können weitergehen. Ich habe erst in elf Sekunden wieder, weißt du? Ich habe geladen. Endlichstun aufpassen. Nami, Nami, Nami. Ah, Alter, ich bin so low. Ich habe noch heal, ich habe noch heal, ich habe heal. Okay. Geht raus, geht base, damit wir Drake nicht verlieren. Okay. Oder krass. Ihr seid ja nur zu dritten oder aufpassen? Ich werde Agen werden halten und das arbeite hier. Ich bin gleich da. Wir können das fighten, wir können das fighten. Wir können das fighten, wir können das fighten. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich gehe für den Bot-Turm. Ich gehe top. Macht er irgendwas mit? Nein, 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 nein. Tötet mich nicht. Nee, ich werde... Oh, doch. Oh, nee. Das ist ein Anlagling. Oh, aber er ist will heute. Nein. Doch. Let's go. Das war für ihn heute ein Anlagling. Er wurde saftig. Ich bin Annie eventuell. Okay, nee. Eventuell nicht mal anders. Die willst du auch gar nicht haben. Ich glaube, die hat Ulti ab und ist dann gechargt. Okay. Ich glaube, das ist ganz, ganz glücklich drüber sein. Okay, gut. Wir müssen mal kurz ein bisschen stecken. Unser Koki ist auf der Ska von unserem Stecker. Na, müssen wir? Ich hoffe, wenn du neulichst. Alter, der Bust. Ja, Annie, nur Ultimation. Ergwinn von meinen Krupp, also, ja. Noch drei Sekunde. Ja, ja, ja. Wir können mit treiben, wir können mit treiben. Aber hart. Aber Agorin kann von hinten flanken, ne? Ich sag's nochmal. Ich hab noch einen Pillar. Der ist Dax. Alter, ist der squishy hot. Let's go. Agorin, 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 Agorin. Ja, wer geht denn hier für den Turm? Der wird sein Blue, der wird sein Blue. Lass uns mal den Turm nehmen. Lass uns mal den Turm nehmen. Du bist da alleine. Warte, können wir den... Was macht der da unten? Hier? Ja. Im Schendold, ne? Schendold denken? Ja, 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 ja. Ah. Ich kann ihn abschneiden. Warte auf die Kommission. Ich hab Shieldbow. Bin hier gar nicht so squishy, also, brauche da nicht unbedingt. Okay, sorry. Das sah nach ein bisschen zu viel Schaden aus. Ne, ne, der Shieldbow ist grad geprocknet. Also, aber... Copland-Trill, ne? Ach, schade. Spiel langsam, spielt nicht zu sehr. Denkt man, dass Argrin von irgendwo von hier kommen wird, ne? Argrin wird auch noch kommen. Aus Base. Ich komm bald mit 8 Sekunden. Dann bin ich da mit dem Package. Geht raus jetzt. Rennt, soweit ihr könnt. Kann ich helfen? Also, gar nicht? Alter, what the fuck? Oh, meine... Let's go. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Corki Package, der rollt richtig auf. Squatterkill. Einfach durch. Einfach durch. Oh, die nah, old. Ich hab's, ich hab's, was. Na, ich glaub, es ist mir immer besser, Spaces zu stehen. I think. Ah, ich glaub, wärst du direkt durch, wär's freigegeben, ne? Ich bin nicht da, Maxim, ich hab noch Heal. No. No. Ah, die kann ich nicht nehmen. Die können nur gleich nehmen. Ja, ich konnte jetzt auch mit dem Hook, hab ich halt... Ich hab 50% meines Schadens nicht machen können. Baby, können wir ja fein. Ich bin nicht trocken, sobald ich da bin. Ich hab'n Nami. Oh, Nami, Nami, Nami. Okay. Kommt mir von der Seite, also, wenn ihr... Denkt an Annie, denkt an Annie, denkt an Annie. Annie, disengage, Annie disengage, jetzt dann. Annie hat keinen Flash. Der will in vier Sekunden, äh, Hook wieder. Ja. Aber du hast keinen Flash, ne? Nee. Ja, aber wir müssen mal mit runtergehen und gucken, ob wir was angeln. Annie kommt hoch, Annie kommt hoch. Shenult im Auge behalten. Shenult. Ich komm sofort hoch, ich komm sofort hoch. Ich fokuss-Auge. Wollt ihn, wollt ihn? Alter, der ist so squishy gegen dich, ne? Das ist ja echt crazy. Check. Äh, wir müssen jetzt loateln. Ich hab'n sieben Sekunden erst Hook. Fünf Sekunden. Drei. Sitten nicht den Gnar. Ja, okay. Dann... Nein, doch, ich nehm den... Oh, lol. War hart geflasht. Sitten der Flash macht was hart geflasht. Wir kiten Bots-Side, wenn wir missen. Gehen lassen. Ich hab'n Tüchen. Schön, 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 schön. Ja, nie, fack, ja. Fängt den... Ich bin völlig useless, ich hab'n... Ich hab'n gar nichts mehr. Ich krieg' raus, ne? Ja, passt. Position. Also, ich könnte Flash tanken. Agorin, Agorin. Ja, hat E, gut, komm mal raus. Alles gut, alles gut. Alles gut, der Kling. Jetzt gleich nicht Drake anfangen, sonst haben die ne Chance, den zu zielen und finishen. Sind's den so... Müssen aber bald was machen, weil mein Package ausläuft. Ich hab' doch gesagt, besten Jungler EU-West in unserem Team. Ja, die haben aber auch Blitz offen gelassen, das müssen wir jetzt auch mal ganz klar so sagen. Ja, ja, ich glaube, du hast Todesheil. Boah, lieber sich. Ja, let's go! Eine Runde weiter, Leute. Ein leichteres. Als Handepick war's aber auch einfach, ne?